die hecke wieder zur hecke gemacht das ist eine hecke das war keine hecke das war eine überhängende hecke jetzt ist wieder hecke ja freunde was soll ich euch sagen es ist ein schöner tag es ist geil es ist toll deswegen sofort daumen da lassen bevor ich richtig richtig die freunde ich sagen bevor ich sauer werde like da lassen vorne wir testen heute den besten döner in deutschland jetzt kommt wieder aber der in meinem dorf metten ist geiler und der in seppen west ist der beste dünn holle hat ja ein ranking döner ranking der ist verharzt döner platz 1 ja ich fahr jetzt nicht in die schweiz oder österreich ist ja klar wir man sag mal leute ist gut doch mal oder aber da gibt es ein ranking und den ranking ist in bonn ist ein dünner der ist auf platz 2 und da düsen wir jetzt voll 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 gas hin und werden ihn testen mit euch mit dir wir beide testen jetzt heute cabrio dicker hast du eine neue box bester mann wieder haben wir hier einen fall von einem waren helm und wagen waren hose war ein schiemanjourner so wir sind in der ex-deutschen hauptstadt angekommen wussten vielleicht viele nicht bonn war mal die hauptstadt von deutschland mal die hauptstadt von deutschland mal zurück und fahr ja diese sefer dünner versuchen drin zu essen damit wir auch ein bisschen entspannt jemand zu filmen was sieht auch gut voll aus muss ich sagen sefer bief dünner da sind wir den testen wir jetzt hier zusammen also ich gehe da jetzt nicht hinter die küche und hier drehe kuppeln spieße hat mich gerade schon angeguckt also bisher sehen wir auch noch keinen normalen dünner egal wir fragen einfach mal ganz nett frisch und hier riechen auch richtig geil also es ging jetzt rucki zucki wir waren da zack boom boom bief dünner alter geile location hier der sieht aber mega aus wir haben hier alles drauf wir haben alles genommen bevor irgendjemand sagt ja kannst du nicht bewerten dass die tomaten nach augenflug brot sticht bei mir schon mal heraus aber egal erstmal abschmerzen da bist du wie so ein wechsel das brot checkst du ja ich check das fleisch das ist ja so lecker kann ich schon mal sagen ist auf jeden fall der beste das ist ja nicht ob dein meister so ich mach mal immer von der menschlein und das so einzelne was ist das so kräuter petersilie super also sieht auch den kann man geil essen guck mal das brot hier mein gott check mal ab wo wir hier chillen in der lokomotive aber sind jetzt hier bei den letzten happen und uns beiden ist auch aufgefallen bei dem döner ist nichts was einen sagen wir jetzt mal wenn ihr döner ist und dann ist so die tomate das brot ist so das ist so das ist das ist ein kleines produkt aber eigentlich von alle das wir essen wir müssen das gleich mal von draußen filmen ich glaube wir sehen auch gerade mega bild aus ne auch hier gehen ja kids rein jetzt sieht hier fleisch döner tomate mozarella hinderweller ja oh scheiße oh mein gott oh die kacke locker die wollen hier spielen was mir auch auffällt bei dem döner ist ich habe oft das gefühl dass ich mich ekelhaft fühlen nach dem döner fühle mich aber super alt das ist aber auch die soße beim döner bei anderen dönern das ist immer so nicht zu viel fett die ist halt mega clean er ist sehr fleischlastig das heißt sehr viel fleisch ja sehr geiles fleisch gutes fleisch vor allem auch wenn ihr es einzeln es schmeckt man direkt raus seffa beef döner hammer auf die zwei auf die zwei in deutschland von mir kriegt der seffa beef döner all in all fette dörner und halb 9,5 ja also ich habe noch nie einen dörner gegessen ich bin noch nicht soweit ja alles gut ich nehme dir die zeit ich hole mir noch einen so schnell habe ich dir so mitgekommen du meintest auch dass es kein tiefkühlspieß dass man es sieht dass das so aufgelegt ist ne ja geil ich zeig mal wie du jetzt sitzt digga und so saßen wir da zu zweit ich gucke holle jetzt schon bestimmt so seit ein zwei jahren und das hat mich gerade sehr gefreut damit hat er sich für mich sehr sehr glaubwürdig gemacht weil guter call da ich frage mich immer bei den videos so ne hier 9,2, 9,3, dies, das er macht immer Augen zu macht auch ernst weil man hört das dann immer oh wir sind Platz 3 aber testet das ja nicht ne und wir haben es jetzt mal getestet seffa beef döner Bonn unser alter Aufstatt halt lecker ne also wie die letzte scheiß Rille wo der sonst immer sehr trocken ist die Arschritze des Döners die Arschritze des Döners super lecker vor allem wir haben es jetzt glaube ich 12.30, 13.00 Uhr volles Haus jeder sitzt belegt die Leute sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 hier sitzen Leute in der Lokomotive und essen Döner um die Zeit ist auch krass also da sieht man dann auch immer ne der hat was drauf der Mann ja geil geil wir genießen noch ein bisschen die Sonne lassen den Döner grad ein bisschen verdauen verdauen ich hab mein Rating noch gar nicht gegeben ah warte, ich überleg schnell ich geb den 9,6 9,6? ich geb 9,5 und 9,6 das heißt der Döner ist richtig gut den müsst ihr alle testen bist du mal ruhig da hinten jetzt oder wat? was bist denn da am reden du ich zeige euch jetzt den krassesten Move mit dem Ball den ihr machen könnt ok, seid ihr bereit? ne? ok damals war das immer die Challenge und dann kommt er zurück hat nicht funktioniert hat nicht funktioniert und Pöll hoch Pöll immer jaa Böll also hier ist Spielen cool ich hab auch immer Spaß aber schockt mich kacke immer haste und roll hoch und da ist er wieder eins zwei eins so sag, wenn du da bist Auto, Auto, Auto vorbei ja, ich sage euch ehrlich Fußball draußen spielt ist immer ein bisschen alter Schwede was geht hier denn jetzt ab DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDED ARD Text im Auftrag von Funk